Hallo, herzlich willkommen in unserer neuen Apfelteile. Hier können Sie ab sofort kontaktlos einkaufen. Das heißt, Sie dürfen sich gerne selbst bedienen. Wir haben hier unsere kleine Dutte Äpfel mit 1,5 Kilo und die große Dutte mit 2,5 Kilogramm. Daneben bieten wir an unsere hauseigene Produkte wie den Apfelsaft, Stiefkind Apfelsaft. Wir haben die getrocknete Äpfel, es gibt auch Birnen bei uns oder die Marmelade und den Apfelmus. Und wir haben aus der Region noch Gemüse, Kartoffeln, Eier, Nudeln, Honig und Wurst. Und wenn Sie das alles zusammen gesammelt haben, dann dürfen Sie gerne am Ausgang, es steht die Kasse, dort können Sie dann entweder per Paypal oder direkt bar bezahlen. Wir danken für Ihren Einkauf und freuen uns auf Ihre Ehrlichkeit und wünschen Ihnen alles Gute. Tschüss, Ihr Schneider Team. Also, wenn Euch das Video gefallen hat, dann könnt Ihr an dem Schneiderschild den Kanal anklicken und abonnieren. Oder aber, wenn Ihr den nächsten Film sehen wollt, da unten anklicken. Bis zum nächsten Mal.